Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Wir haben hier diesen Typen gefunden und suchen Deutschfeuer. Entschuldigung, wollte nicht unterbrechen. Oh. Okay, der ist irgendwie ein bisschen verwirrt. Die Königin hat ihn sein. Der Königin hat ihre Macht und den Golems gegründet. Mit den Golems, der Königin hat sie das Castle, um diese Worte zu gewinnen und zu zeigen, und zu zeigen, ihr Liebe und Gattes zu ihrem Königin. Die König bringe Frieden zu dieser Land und zu ihrem König. Ein Frieden so tief, es war wie... Death. The Dark. Ah, the Dark. Ist das... some sort of a dream? Where am I? What has happened to our castle? Who are you? And by whose permission do you stand before me? Welcome, Wizard. Our guests are treated with honor. This is the way of our castle. Tell me if you should require... Okay, eine Geste lernen. Eine Runde. Was? Gegenstand kaufen. Was haben wir denn hier? Einfacher Helle Bade. Was haben wir an Ringen? Oh, nichts Besonderes. Was haben wir denn hier? So, Lehmstein. Reparaturpulver. Und einen Wunder. Was haben wir denn da? Oder... Gone so soon? Be safe on your travels. Okay. Ähm... Keine Nachrichten mehr. Es versucht Erwältigung. Oh Gott. Duo voraus. Oh oh. Versucht Flucht, dann Blitz. Das macht mir Angst. Ich will ein Leuchtfeuer. Hatte ich ja schon mal gesagt. Versucht Boss. Geist. Oh man. Bitte. Ist hier irgendwo. Wir gehen doch vielleicht erstmal gleich runter. Hier haben wir ja soweit schon ein bisschen aufgeräumt. Ui. Das sind nur ein bisschen viele eigentlich. Und da unten sah es mir so nach voller aus. Trotzdem gehen wir jetzt mal gucken. Feindliche Horde voraus. Oh, ein Leuchtfeuer. Gott sei Dank. Das hätte ich gar nicht machen müssen. Egal. So. Jetzt können wir entspannter mal gucken. Heute ist mit euch Jungs. Symbol des Königs. Symbol des Königs. Hier sind wir da. So, einen habe ich erleuchtet. Was? Was? Wo kam der denn her? Okay. Nicht schlimm. Nichts passiert. Wir sind wieder am Ausprobieren. Äh. Moment. Da. Das Schöne ist, es leuchtet jetzt schon. Und. Ich wollte nicht stören. Dann. So. Das war's. Okay, was ist das denn jetzt da? Das ist der komische Drachen, links da. Was das bedeutet, weiß ich auch noch nicht. Wahrscheinlich irgendwas mit dem Eid. Loch voraus. Okay, hier bricht's ein. Oh, ein Set. Ich hab's wieder ganz schnell weggedrückt. Irgendwas mit Farm. Farm. Ähm, da. Nö. Nö. Nee, das, äh, ist leider nichts. Tja. Oh, schon wieder ein Leuchtfeuer. Interessant. Huh, durchgehen wir doch. Ah, super. Hier kann ich nichts machen. Gucken wir mal. Der Blutfleck. Todstillen-Skelett. Ja, ja, ja. Wie ist das denn hier gestorben? Hier war noch gar nichts. Hä? Hm. Komisch. Komisch, komisch. So. So. Da. Dann gehen wir wieder hier hin. Wieder nach oben sozusagen. So, das heißt, das hatten wir fertig. Hier sind wir gerade runtergekommen. Jetzt gehen wir mal hier hoch wieder. Jetzt müssten hier zwei Typen sein. So. So. So haben wir schon mal uns die ganze Sache nicht vorgestellt. Ah, dieses Schloss ruft ja sozusagen nach Geheimgängen. Oh, ohne was. So, wo ist eigentlich mal ein Bogen? Wo ist er denn? Da ist er. Oh, ich mache ich mal schön eins. Und. So, jetzt bist du dran. Können wir uns an dich heranschleichen? Okay. Da guckst du, ne? Da guckst du, blöd. Komm, 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 komm. Okay. Was haben wir hier? Tolle Aussicht, aber sinnlos. Das heißt, so viel wie hier, da ist keine Tür. Aber hier ist eine Tür. Scheinbare Wand. Nein. Keine scheinbare Wand. Zumindest jetzt noch nicht. Das ist ja natürlich jetzt hier sehr interessant. Kann man ja nur noch hier hoch gehen. Ihr lasst mich in Ruhe. Dann müssen wir jetzt hier rein. Schauen wir mal. Was ist denn los? Von Amtour, ja. 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 Ja, Leute. Wie geht es denn hier weiter? Sowas weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwas übersehen gerade. Ist das irgendwas? Ihr könnt nix wissen, das. Und gibt ordentlich Seelen. Tja, ich weiß nur nicht, wie ich jetzt hier und wo ich jetzt hier bin. Und warum ich hier ziehe, ist da unten doch richtig. Ruhig bleiben. Ach, guck. Also. Du stehst doch gleich auf, oder? Hurra für Rollen. Gott, oh Gott, oh Gott. Da liegt was. Alter Schimmerner Lesen, Liebenstein. Versuch totstellen, Dickmanns. Ja, ja, ja. Ähm, da gehe ich nicht rein. Oh Gott. Jetzt kommen die auch noch mit Gift oder was? Oh mein Gott, wo bin ich hier? Da bin ich hergekommen. Versucht rollend. Fies. Fies. Okay, da haben wir uns einigermaßen wieder aufgefüllt. Scheiße. So, ja, wie bin ich jetzt da hingekommen? Oh ja, das war ja gar nicht so schwer. Gucken wir mal hier. Ähm, da bin ich wieder da. Ähm, da sind sie im Wasser. das gucke ich mir ehrlich gesagt später nochmal an ich habe da oben jetzt irgendwo 20.000 seelen rumlegen weit über 20.000 seelen war das so viel kann ich die da vielleicht rein locken kann ich nicht aber einen habe ich erledigt die tür wieder zu das wollte ich doch gar nicht so so So, da dürfte jetzt nur noch einer sein. Einen mache ich doch locker. Oh Gott. Das ist heftig. Oh Gott. Okay, das ist auf jeden Fall eine NPC-Invasion hier. Unten voraus und dann links. Ich bin Neshambera, Queen von Drangleic. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land, King Vendrik as he was called. He found the strength to rule his people. And when the undead were born, cursed. He found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Okay. Visit Vendrik. We have no need for two rulers. Okay. Ich fühle es ja gerne. Oh no. Oh no. Dick Wanscht voraus. Großvoraus. Ist hier kein Leuchtfeuer? In der Nähe. Super. Da ist eine Kiste. Verralled für eine solche Schmerze. Jetztartet noch wieder ein dock. Wir werden Sie gehen, aber ich mache dasso. Verralled. Wird ja beste. Bei Wag boulebe! Jäger, Schwarzbogen und Pfeil dazu. Das hört sich doch cool an. Geschicklichkeit S, oh, haben wir aber nicht, trotzdem ist der besser. Kommen wir hier hin, oh Gott, oh Gott. Ich habe schon mal gesagt, dass ich eigentlich Angst habe, jetzt hier irgendwo zu sterben. Ach so, ah, hier, guck mal. Aber, das ist nicht das, was ich wollte, ich wollte gerne ein Leuchtfeuer. Ach du, kann es ja gar nichts. NPC. So, trotz allem, hätte ich ja unwahrscheinlich gerne ein Leuchtfeuer. Aber ich glaube, das wird mir hier nicht spendiert. Das heißt, wir versuchen es jetzt mal andersrum. Ich möchte jetzt nämlich hier echt nicht sterben, alleine bei dem Boss. Ich hätte gerne Hilfe, bin aber nicht menschlich und kann mich auch nicht menschlich machen. Aber, ich kann hier mal anderen helfen. Und das versuchen wir jetzt einfach mal. Wir setzen hier ein Rufsignal, machen hier einen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir denn gerufen wurden. Also, wo ist er denn? Da, haben wir es mal ausgewählt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.